Was sind die Ähnlichkeiten zwischen Zähnen und Gelenken? Beides kann zu Schmerzen und Unannehmlichkeiten führen. Im Unterschied zu Zähnen haben Gelenke jedoch die bemerkenswerte Fähigkeit, sich auf natürliche Weise zu regenerieren. Die Regeneration von Knorpel- und Knochengewebe geschieht auf natürliche Weise als Reaktion auf Entzündungen, Verletzungen und die Auswirkungen des Alterns. Was bewirkt, dass einige Personen mühelose Mobilität erfahren, während andere mit steifen, schmerzenden Gelenken zu kämpfen haben? Sciencey gespannt, denn die Heilung der Gelenke ist erstaunlich einfach und bildet den Schwerpunkt unseres Videos. Heute werden wir Methoden zur natürlichen Verbesserung der Gelenkgesundheit erkunden, ohne Arzneimittel. Können Öle Gelenkschmerzen lindern? Ist die Behauptung, dass Knochenbrühe Knorpel regenerieren kann, wahr? Oder ist es bloß ein Mythos? Hat Ingwer eine wirksame Wirkung bei der Linderung von Gelenkentzündungen? Was ist schädlicher für schmerzende Gelenke, Kälte oder Hitze? Wie können Kinder lernen, ihre Gelenke zu schützen? Welche effektiven Methoden existieren, um die Gesundheit unserer Gelenke im Alter zu bewahren? Ein hochqualifizierter Orthopäde für Traumata wird betonen, die Bedeutung der Berücksichtigung von Muskelproblemen bei der Behandlung von Gelenkschmerzen. Teilen Sie ein wertvolles Geheimnis zur effektiven Gelenkbehandlung. Mit dem Alter können unsere Gelenke steifer und weniger flexibel werden. Dieses Phänomen wird häufig von vielen Menschen im Alter erlebt. Die genauen Ursachen für diese Steifheit können variieren. Jedoch ist es häufig auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, wie beispielsweise die Abnutzung des Knorpels, Veränderungen in der Synovialflüssigkeit, die die Gelenke schmiert und einer Verringerung der Muskelkraft und Flexibilität. Diese Steifheit kann zwar lästig sein, es gibt jedoch Maßnahmen, die dagegen helfen können. Die Gelenke sind mit Knorpel bedeckt und enthalten Synovialflüssigkeit. Das hilft, sie abzufedern und zu schmieren. Mit zunehmendem Alter beginnt der Knorpel in unseren Gelenken auf natürliche Weise abzunutzen und die Viskosität in unseren Gelenken erhöht sich. Dies kann zu einer Einschränkung der Mobilität und zur Entstehung von Schmerzen führen. Der Schmerzpunkt befindet sich in den Knochen, das sie Nervenenden und Rezeptoren enthalten, statt des Knorpels. Wenn Nerven durch eine Entzündung geriest werden, können Beschwerden auftreten. Es existieren diverse Faktoren, die zu Gelenkschmerzen beitragen können, wie Vitaminmangel, Gicht und normale Abnutzung. Gelenkverschleiß verursacht oft Schmerzen bei vielen Menschen. Es ist wichtig, Gelenkschmerzen bei Bewegung von Schmerzen in Ruhe zu unterscheiden. Falls Schmerzen beim Bewegen auftreten, könnte dies auf Arthritis hinweisen. Falls Schmerzen im Ruhezustand auftreten, könnte dies auf eine Entzündung hindeuten. Bei Entzündungen tritt oft Morgensteifheit auf. Dies verbessert sich in der Regel, wenn sie anfangen zu bewegen. Einige Menschen greifen zu leistungsstarken Medikamenten, um Schmerzen schnell zu lindern. Jedoch ist es effektiver, komprimierte Gelenke zu lösen, entzündungshemmende Übungen durchzuführen und entzündungshemmende Lebensmittel in ihre Ernährung zu integrieren. Verschiedene Faktoren können zu Gelenkproblemen beitragen, einschließlich des natürlichen Alterungsprozesses, Verletzungen einer sitzenden Lebensweise und Fettleibigkeit. Das Reduzieren von zusätzlichen Funden verringert die Belastung ihrer Gelenke. Es wird empfohlen, das Heben schwerer Gegenstände zu vermeiden, wenn Schmerzen in der Hand auftreten. Um Knieschmerzen oder Hüftschmerzen zu lindern, empfiehlt es sich, plötzliche Bewegungen zu vermeiden. Wählen Sie Schuhe mit Dämpfung aus. Erinnern Sie sich daran, eine Stütze zu benutzen, wenn Sie aufstehen und erwägen Sie, Schwimmen in Ihre Fitnessroutine zu integrieren für eine schonende Bewegung. Regelmäßige körperliche Aktivität ist entscheidend für die Gesundheit der Gelenke. Körperliche Aktivität spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Gelenkfunktion, da sie die Produktion der Synovialflüssigkeit unterstützt. Regelmäßiges Training kann dazu beitragen, die Muskulatur um Ihre Gelenke zu stärken. Dies kann dazu beitragen, den Druck auf die Gelenke zu reduzieren und die allgemeine Beweglichkeit zu verbessern. Mäßige körperliche Aktivität hat zahlreiche Vorteile und die Übungen können bequem von zu Hause aus durchgeführt werden. Das Verständnis des Unterschieds zwischen Osteoarthritis und Arthritis ist ebenfalls wichtig. Arthritis führt zu einer Entzündung der Gelenke, die auch in Ruhe Schmerzen verursacht. Auf der anderen Seite tritt Osteoarthritis auf, wenn der Knorpel abnutzt. Dies verursacht Schmerzen, die nach körperlicher Aktivität auftreten. Beide Krankheiten erfordern verschiedene Behandlungsansätze. Nachdem ich die Expertenmeinung gehört hatte, wird offensichtlich, dass unsere Gelenke oft vernachlässigt werden, bis sie anfangen, Beschwerden zu verursachen. Trotzdem liefern Gelenke uns Hinweise. Beachten Sie folgende Symptome. Wenn der Morgen steif startet und sich die Aktivität verbessert, wenn sie aktiver werden, deutet dies auf Veränderungen ihres Binde- und Knochengewebes hin. Ein brennendes Empfinden kann auf eine Entzündung hindeuten, besonders wenn das Gelenk rot ist und sich warm anfühlt. Falls ein brennendes Empfinden ohne erkennbare Rötung oder Hitze auftritt, könnte dies auf das Vorhandensein von Arthrose hinweisen. Eingeschränkte Beweglichkeit wie Schwierigkeiten beim Beugen des Knies und beim Greifen von Gegenständen wie einem Schlüssel kann auf potenzielle Probleme hinweisen. Das Heben des Beins oder das Betreten einer Stufe kann ebenfalls auf Probleme hinweisen. Abgenutzte und veraltete Gelenke können knarrende Geräusche verursachen, insbesondere wenn es nicht genügend Gelenkflüssigkeit gibt. Dies führt zur Reibung der Gelenkoberflächen und zur allmählichen Erosion des Knorpels. Dennoch können solche Geräusche auch in gesunden Gelenken auftreten, wenn Druckschwankungen entstehen und Gasbläschen in der Gelenkflüssigkeit freigesetzt werden. Es wird erwartet, dass keine Schmerzen auftreten und die Gelenkbeweglichkeit problemlos ist. Wetterfühligkeit Bei einigen Personen können vor Regenfällen verstärkte Gelenkschmerzen oder Unwohlsein auftreten. Dieses Phänomen, bekannt als Wetterfühligkeit, hat keine umfassende wissenschaftliche Erklärung, es scheint jedoch eine Verbindung zwischen Gelenkschmerzen, Wetterveränderungen und niedrigen Temperaturen zu geben. Im Winter können Gelenkschmerzen stärker sein als im Sommer, was auf die natürliche Reaktion des Körpers zurückzuführen ist, den Blutfluss zu den Extremitäten zu verringern, um die Wärme für lebenswichtige Organe aufrecht zu erhalten. Diese Reduzierung des Blutflusses kann speziell in den Knien und Händen zu Beschwerden führen. Es ist von Bedeutung, die Wärme in den Gelenken bei kaltem Wetter zu bewahren, da ansonsten eine Verdickung der Gelenkflüssigkeit auftreten kann. Es ist immer ratsam, bei Auftreten eines dieser Symptome einen Experten zu konsultieren. Lebensmittel für die Gesunderhaltung der Gelenke Die Auswahl der passenden Lebensmittel kann effektiv sein und bietet wichtige Nährstoffe zur Unterstützung ihrer Gelenke. Fische wie Lachs, Sardinen, Makrele und Kabeljau sind reich an Omega-3-Fettsäuren. Diese Säuren besitzen entzündungshemmende Eigenschaften und können die Gelenkgesundheit verbessern. Omega-3-Fettsäuren unterstützen die Erhaltung der Flexibilität des Knorpels und sorgen für eine reibungslose und mühelose Gelenkbewegung. Weitere hilfreiche Nährstoffe finden sich in Walnüssen, Mandeln und Leinsamen, die wichtige Fettsäuren und Nährstoffe enthalten, die zur Gesundheit ihrer Gelenke beitragen. Heidelbeeren, Granatäpfel, rote Paprika, Brokkoli und Spinat können ebenfalls dazu beitragen, Gelenkentzündungen zu reduzieren. Proteine spielen eine entscheidende Rolle bei der Reparatur von Gelenken, da sie ein grundlegender Bestandteil der Körperstruktur sind. Integrieren sie diverse Proteinquellen in ihre Ernährung, wie Fleisch, Fisch, Eier und pflanzliche Ersatzstoffe wie Bohnen und Erbsen. Vergessen Sie nicht, kollagenreiche Nahrungsmittel wie Aspik und Sülze in ihre Ernährung einzubeziehen. Rinderbrühen, Rindfleisch, Fisch und Meeresfrüchte enthalten Kollagen. Ein Protein, das in Sehnen, Knorpel und Knochen vorhanden ist und eine wichtige Funktion bei der Dämpfung und Minderung von Reibung erfüllt. Mit dem Alter nimmt der Kollagengehalt im Körper ab, was die Beweglichkeit unserer Gelenke einschränken könnte. Die Integration kollagenreicher Lebensmittel in ihre Ernährung kann das allgemeine Wohlbefinden ihrer Gelenke fördern. Zur Bekämpfung von Gelenkentzündungen integrieren sie entzündungshemmende Lebensmittel wie Kurkuma, Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln in ihre Ernährung. Diese Lebensmittel haben starke entzündungshemmende Eigenschaften und sind wirksam bei der Behandlung von Entzündungen, wenn sie in die übliche Ernährung eingebunden sind. Mit dem Alter verlangsamt sich möglicherweise die Regeneration des Knorpels, aber sie findet bis zu einem gewissen Grad weiterhin statt. Vermeiden Sie Knorpelabbau und fördern Sie seine Regeneration mit einer einfachen, preiswerten Lösung. Gelatin Gelatine ist ein natürlich vorkommendes Protein, das dazu beiträgt, die Festigkeit des Knorpels zu verbessern. Hier ist eine schrittweise Anleitung zur Verwendung. Für die abendliche Vorbereitung lösen Sie zwei Esslöffel Gelatin in ein Dasch Dreiglas kaltem Wasser auf. Starten Sie Ihren Tag, indem Sie ein Glas mit warmem Wasser füllen und es trinken, bevor Sie etwas essen. Integrieren Sie es einen Monat lang in Ihre tägliche Routine. Gönnen Sie sich danach einen weiteren Monat Pause, bevor Sie erneut beginnen. Diese Methode versorgt effektiv Ihre Gelenke mit Collagen. Trotz teurerer Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt ist Gelatin eine kostengünstige Option, die problemlos in den meisten Lebensmittelgeschäften erhältlich ist. Behandlung von Gelenkschmerzen Um Schmerzen und Entzündungen zu lindern, kann eine selbstgemachte Kompresse mit Aloe Vera und Honig hergestellt werden. Kombinieren Sie ein Schi-4-Tasse Aloe-Saft, ein Schi-4-Tasse Honig und ein Schi-4-Tasse warmes Wasser. Erwärmen Sie die Mischung und tragen Sie sie auf das schmerzende Gelenk auf. Decken Sie es mit Plastikfolie ab und lassen Sie es über Nacht stehen. Pfefferöl kann traditionell zur Linderung von Gelenkschmerzen verwendet werden. Roter Pfeffer enthält Capsaicin, das eine beruhigende Wirkung hat. Es blockiert Schmerzsignale und fördert die Durchblutung. Um hausgemachtes Pfefferöl herzustellen, waschen und malen Sie zuerst zehn frische rote Paprikaschoten. Anschließend vermischen Sie die gemahlene Paprika mit zwei Tassen Pflanzenöl. Die Mischung sollte eine Woche lang an einem warmen Ort stehen gelassen werden. Tragen Sie das Öl auf, um Ihre Gelenke bei akuten Schmerzausbrüchen sanft zu massieren und so Linderung zu verschaffen. Vermeiden Sie die Anwendung bei Fieber. Die Integration von Honig und Apfelessig in Ihre Routine kann die Gelenkgesundheit wiederherstellen. Apfelessig enthält Essigsäure, die für Ihre entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt ist, während Honig reich an Kalzium, Magnesium und Kalium ist, die für die Gesunderhaltung der Gelenke wichtig sind. Vermischen Sie einfach 1-1-4-Tasse Honig mit 1-4-Tasse Apfelessig und nehmen Sie morgens und abends einen Teelöffel der Mischung ein. Warme Bäder mit Meersalz können die Linderung von Gelenkschmerzen unterstützen, indem Sie die Muskelentspannung rund um die Gelenke fördern und Verspannungen sowie Krämpfe reduzieren. Meersalz hat Eigenschaften, die dazu beitragen können, Entzündungen zu lindern. Die Mineralien können in Kombination mit Wasser in die Haut eindringen und Gelenkentzündungen lindern. Wichtige Erkenntnisse eines Orthopäden Ein erfahrener Orthopäde mit 30 Jahren Erfahrung informiert, dass Osteoarthritis eine Erkrankung darstellt, die durch den Abbau von Hyalinem Knorpel in den Gelenken gekennzeichnet ist. Dieser Vorgang führt dazu, dass der Knorpel austrocknet und spröde wird, was letztendlich zu Knochenschäden führt. Bei dieser Krankheit sind verschiedene Faktoren relevant, wie Ernährung, Gewicht und genetische Veranlagung. Oft tritt jedoch das Hauptproblem auf, wenn das Gelenk in einem Muskelkäfig eingeschlossen ist. Dies führt zur Entstehung von Knoten und Triggerpunkten sowie zum Auftreten von übertragendem Schmerz. Knieschmerzen können beispielsweise durch verspannte Gesäßmuskeln entstehen. Das Lösen dieser Punkte kann dazu beitragen, den Druck auf das Gelenk zu verringern. Konventionelle Therapien können Arthros eventuell nicht umkehren, aber Maßnahmen zur Befreiung des Gelenks können seinen Zustand erheblich verbessern. Es ist von Bedeutung einen aktiven Lebensstil zu führen und gleichzeitig auf ihre Gelenke zu achten. Finden sie ein Gleichgewicht zwischen Aktivität und ausreichender Erholung. Die Pflege ihrer Gelenke ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines erfüllten und aktiven Lebensstils. Indem sie diese einfachen Tipps befolgen, können sie sich noch viele Jahre schmerzfrei bewegen. Es ist bemerkenswert, wie viel mehr Flexibilität und Schmerzfreiheit erzielt werden können, selbst im Alter von 62 Jahren im Vergleich zu einer Person im Alter von 30 Jahren. Es ist von Bedeutung, den Fokus auf die Beseitigung von Hindernissen zu legen und eine ausgewogene Ernährung einzuhalten. Es ist wichtig, für ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu sorgen. Viele Menschen sind der Meinung, dass Gelenkprobleme durch Faktoren wie Alter oder Gewicht verursacht werden. Jedoch ist der eigentliche Übeltäter oft der Zustand des Bindegewebes. Die Flexibilität der Wirbelsäule wird in der östlichen Medizin sehr geschätzt, unabhängig vom Alter, da sie als Fundament eines gesunden Lebens betrachtet wird. Es existieren zahlreiche faszinierende Videos, die die Vorzüge von Gemüse und Obst sowie unterschiedliche Krankheiten und ihre Behandlungen erörtern. Bitte denken Sie daran, den Kanal zu abonnieren und auf das Glockensymbol zu klicken. Es wäre großartig, wenn Sie diesem Video einen Daumen hoch geben und es mit Ihren Lieben teilen könnten. Glockensymbol zu abonnieren. Du wie Menschen können wichtig, das ist wenn nichts Das ein Vers antes in das ist oder das ist es kann es es gab Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020